Hallo, Ralf Tütteck hier mit einem neuen Video. Ja, das ist der Kork Volker Kies, den ich eigentlich ursprünglich verkaufen wollte, aber jetzt ist er richtig eingestellt und ich wollte nur mal kurz demonstrieren, wie er sich jetzt anhält, wo er richtig eingestellt ist. Aber da hat man schon einen Unterschied, ne? Aber es ist ein deutlicher Unterschied zu hören, wie er sich jetzt anhört und wie er sich sonst angehört hat. Ja gut, kurzes Video und ich würde sagen bis zum nächsten Mal.